so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf mein kanal heute gibt es die rebel rebel fächerbatterie von veco gekauft wurde die empfennig pfeiffer für wo lasst mich lügen 1799 hier oben habe ich euch hingeschrieben wie viel wirklich kostet wenn sie nicht 17 euro kostet keine ahnung wie gesagt ist eine fächerbatterie ich hole mir auch gleich mal raus sehr schön ist eine neuheit dieses jahr von veco wie gesagt steht hier überall ganz schön drauf wie viel ein ndm die hat 251 hat das teil kann man doch anbieten hier auf jeden fall ist hier richtig geil die schießt bis schnell hin und her und hat auch richtig viele effekte gucken was ich hier geworben oder mit was hier geworben wird rasante abschüsse von kometen in multi-color ja naja haben halt alles verleger sind halt keine kometen würde ich mal sagen 20 sekunden geht das und doch schon ganz schön lange obwohl halt sehr schnell schießt naja leute egal jetzt geht's raus zur zündung der rebell ich freue mich ich hoffe ihr auch bis gleich zur zündung jetzt zeigts mal hier nochmal ein mit der rebel von veco richtig rum zustauerrichtung also so los geht's rebelle von veco ultra fettes teil rebelle von veco